Wo bist du? Vielleicht ist es das hier. So und schon geht's weiter bei Back to the Future, the Game. Ja, wir brauchen immer noch das Notizbuch. Aber reden wir mal mit George. Ja, ich kann meine Kämpfe selbst austragen. Wer sei für den Verkauf verantwortlich? Wer ist denn das Verkauf? Ja, für ihn hat er Respekt. Ja, aber Doc lebt noch. Ja, du hast uns gesagt, er ist nicht tot. Er ist auf einem Reise. Let's say, du bist richtig. Habt ihr gedacht, dass dieser Reise nicht komplett involuntär sein wird? Ich liebe es zu sagen, aber Doc hat ein paar sehr schützliche Gelegenheiten in der Stadt. Vielleicht ist er nur von seinen Kreditor. Das Notizbuch ist Doc's Legacy. Ich habe eine Obligation zu schützen. Jetzt, warte mal ein Moment. Nichts, du hast nicht einfach gesagt, dass Doc noch da? Auf zu gehen irgendwoher? Ja. Dann, wie ist es deine Obligation zu schützen, seine Legation zu schützen? Du kannst es nicht beide Wegen haben, Marty. Wenn Doc alive ist, kann er seine eigene Legation zu schützen. Ich schaue immer nachher. Danke, Dad. Und jetzt, was deine Kinder wirklich lieben. Danke, dass du ihn für mich aufwärmst, Arschlöscher. Danke, dass du ihn für mich aufwärmst. Danke, dass du ihn für mich aufwärmst, Arschlöscher. Was auch immer du sagen. Rock on, Biff. Oh, shoot. Vielleicht ist es das ja. Mal schauen. Irgendwann muss man Notiz sein oder so. Oder irgendwie, dass wir mal wissen, wo er ist. Okay, wir haben einen Kassettenrekorder. Ein Schuh. Okay, Doc, I know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Kommt'n der hier rein? Barty? Barty, if you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval features the resounding success. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I'd program the time machine to jump to these four-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always a possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or maybe later. He's in trouble. Barty, you've come to my rescue in the past, or was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please, take the DeLorean back, or forward. To whatever it is, I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading marked, Last Time Departed. Good luck. Da haben wir jetzt ein kleines Problem. I can use those to enter a date into the time. Yeah. I can use those to enter. Okay. Ich meine, das funktioniert schon, weil nur das Problem ist, die Zeit wird nicht anzeigt. Kann man das irgendwie nochmal anhören? Vielleicht weiß er einst dein was. Das hat mir sehr weiter geholfen. Danke, Einstein. Okay, ich kann doch hier nirgendwo hinklicken. Nee. Umsehen kann ich mir jetzt hier auch nicht. Naja, Folge der Spur zu Dark. Ähm... Das hab ich mir eigentlich alles. Zurück kann ich auch nicht. Also ich hab jetzt nur den DeLorean, den ich anklicken kann, und Einstein. Das... Ist alles. Ah, steht vielleicht nicht irgendwas im Notizbuch? Oder warte mal, Schuh untersuchen. Ah, stimmt, warte. Moment, Moment, Moment. Nochmal kurz raus. Und eins dann den Schuh zeigen. Das ging einfacher als ich dachte. Ja, 1986 gab's nur noch keine Hoverboards. Nur Skateboards. Ja, bei den ganzen Sachen, die er erfunden hat, wäre das eigentlich gar nicht so blöd. Das ging nicht so blöd. Strickland? Aber ich hab was für sie. Der Schuh. Der Schuh? Now, was would I want with a... Stay there! Don't mind me. Und rein geht's. Wir sind ja gleich wieder draußen. Wir sind. Wir sind ja lange genug. Ich versuche nicht zu den Schlussfolgerungen. Aber nach allem. 9 aus 10 Menschen in dieser Stadt sind Hooligans. Das ist ein Fakt. Schau es an. Äh... Schau, Sonny. Eigentlich habe ich dafür keine Zeit. Schau. 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 Schau.